Unterwegs mit Trunks und Son Gohan, zurück bei Dragon Ball Z. Kegelot, willkommen zurück Freunde. Die Level der Typen sind doch mitunter noch ein bisschen stark, muss man dazugeben. Vor allem die Roboter selber gehen ja eigentlich noch. Da hast du das 40, okay noch höher. Aber bei 44 würde ich... Das sind 6 Level, das ist mir eigentlich auch zuviel. Warum geht's? Es ist ja eigentlich so, mit dem ganzen Cyborg Ärger. Ich habe irgendwie herausgefunden, dass es noch weiteren Ärger gibt, wenn man das so sagen will. Und zwar ist eine weitere Zeitkapsel von Trunks aufgetaucht. Was eigentlich gar nicht sein kann. Da er seinen dabei hat. Das ist natürlich höchst verdächtig, nicht wahr? Ich weiß gar nicht mehr, wo genau ich hin muss. Weil es das Land hier oder... Ich weiss irgendwas... Südliches, Yamchus Verstecks und Gokus Haus, ne? Hm, warte mal. Äh, stand... Westliche Hauptstadt, okay, gut. Da stand es direkt, wo ich hin muss. Du, 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 äh... Okay, gut, gehen durch jetzt auch. Ich kriege zwar AND-Medaille, schön. Wohl ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Die westliche Hauptstadt. Aber immer noch keine Dragon Balls, wa? Die jetzt so irgendwie signalisiert wurden. Hm. Ja, ich mein, es gibt noch ein paar Dinge, die man sich noch so wünschen könnte. Zum Beispiel auch die Rückkehr von... Von... Äh... Schlag mich tot. Äh, Dingsbums. Äh... Der Durian Zalborn. Bei Nappa und Raditz haben wir bereits. Ah gut, Nappa stimmt, da müsste ich mit so einem Guamana hin. Könnte ich eigentlich switchen, wenn wir schon beim Thema sind. Äh... Hilfe. Äh... Einen Gruppen müssen wir eigentlich machen. Nicht veränderbar. Dankeschön. Noch eine Zeitmaschine. Das ist ganz... Sag mal, läuft gerade irgendwie... Schwankes Hals? Wo sind seine Haare, wa? Ja, irgendwie ein Teil seines Outfits leuchten, wenn ich fliege. Hm, interessant. Sag mal. Sonst gibt's hier nix. Sonst sind keine starken Gegner oder so. Ja, Training, wa? Training, Training, Training wäre ja eigentlich eine Option, weil ich hätte gerne Level auch mit Schwanks. Man könnte ja mal gucken. Es sind ja, 108. Ja, gut, nee, das werden wir so nicht hinkriegen. Guck mir doch erst durch Story. Du... Du, 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 du... Du, 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 du... Okay, das ist jetzt... Ja, das ist das. Dann werde ich meinen Timemachin geben. Schau mal. Das ist mein Timemachin. Wahrscheinlich. Das ist das gleiche. Aber ich glaube, dass ich hier bin, dass ich hier bin. Aber ich glaube, dass ich hier bin. Aber... Das ist- Das ist das Spiel. Das war ein Kohle. Ich habe das abertet, dass ich entourage mich. Ich sehe dich. Aber das ist... Was ist das? Ich weiß nicht so. Aber das ist in diesem Timemachin ... Das ist etwas wie eine Glade, oder? Ja, genau. Was ist das? Das ist, dass es nicht nur dieses Jäger ist. Was? Ich habe mich gefragt, dass diese Zeitmaschine aus dem Zeitpunkt gekommen ist. Was ist das? Natürlich war es das gleiche Zeit, nicht wahr? Das war... Ich hatte das 3 Jahre später. 3 Jahre später? Und das ist, dass ich in diesem Zeitpunkt bin. Es ist schon seit 4 Jahren. Ah, ja. Als ich hierher bin, war ich ein Jahr mehr vor. Was ist das? Was ist das für mich? Ich habe mir gedacht, dass ich hierher bin. Ich habe mir gedacht, dass das Leben nicht mehr verändert werden. Ich habe mir gedacht, dass ich hierher bin. Das ist das, was ich hierher bin. Ich habe mir gedacht, dass ich die Geschichte ein wenig verändert. Aber ich kann nicht sagen, dass ich die Geschichte ein bisschen verändert. Das ist das, was ich nicht? Oh... 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 Was ist das? Was ist das? Nein, ich dachte, dass das was. Was ist das? Es ist ein Teufel. Nein, Teufel. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Wahrscheinlich. Sie hat das in der Zeitung der Zeitung in der Zeitung. Ja. Sie hat sich aus der Zeitung ausgesucht und ausgesucht. Aber wie ist das in dieser Zeitung? Wer hat sich die Zeitung mit der Zeitung? Wer hat sich mit der Zeitung mit der Zeitung? Was ist das? Ah, ne, ne? Ist das, ehrlich gesagt? Ja. Ja. Ja, das bringen Zeitreisen leider so mit sich. Hm. Gut, ich meine, natürlich, wir alle wissen ja, was da so vorne noch geht. Ja. 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 Oder auch, es wird Zeit für den ultimativen Super Namekianer. Etwas, ja vor allem die Worte von Gott jetzt, ist ja doch etwas, was wir lange Zeit bei Dragon Ball Super, aber vor allem auch in der Buusage von Dragon Ball Z, doch vermisst haben. Also zumindest in der Buusage gemäss Anime und Manga. Nicht wie schon mal erwähnt, bei gewissen Videospielen, ich glaube ja, welches war es? Aber wie ist es in dem Teil schon wieder? Super Sonic 2 oder Super Sonic Adventure 2, es gab irgendwie so ein Spiel, wo ich damals glaube ich nur sogar den ersten Tag gespielt habe, oder fast sogar Shin Budokai. Ich bin nicht mehr sicher, es gab diverse Dragon Ball Spiele, die gab es auf PSP und PSV, die ich nicht gezockt habe, beziehungsweise hatten, und dort war es tatsächlich so, es stimmt, es war glaube ich Shin Budokai 2. Was so, wo es eben diese Story gab, also die Buusage ein bisschen anders interpretiert. Äh, und das ist nicht der Mr. Popo? Ja, um trainiert zu werden. Ja, das, wobei, das war ja eigentlich eher die Puppe. Also, die Kopie von Son Goku, die ihm dabei helfen sollte eigentlich stärker als er selbst zu werden, beziehungsweise seine eigenen Schwächen und Stärken zu erkennen. So war das damals ja. Ja, was er eigentlich sagen wollte, genau, Shin Budokai 2 war das glaube ich, wo es ja da, oder, also ich hoffe es war das Spiel nicht, dass er irgendwie einen Quatscherzähler, wo es ein bisschen darum ging, was wäre gewesen, wenn nicht Vegeta derjenige gewesen wäre, der von Papidi, zum Marschen wurde, so ein Piccolo. Ja, ja. Äh, Son Goku kann Dämonikönig Piccolo im Kampf besiegen, schon lange ist er ihm noch fort. Hm, das ist natürlich doof. Ja, das war damals, weil man heutzutage kann jeder hinfliegen, sei es wenn er selber fliegen kann, sei es dann irgendwie mit dem Flugzeug hinfliegt, das ist gar kein Thema mehr. Also Gott treffen kann mittlerweile jeder. Sehr schön. Tja Freunde, es wird Zeit für den Supername Kiana. Es wird Zeit für mich, wo ich hier gemacht habe. Es wird Zeit für mich, wo ich hierher kommen, warum ich hierher gekommen bin. Ich bin hierher gekommen, Piccolo. Ich bin mit diesen Wanderern, um zu sagen, Stich zu gehen. Ich bin hierher gekommen, aber es ist nicht so wichtig. Ich bin sicher, dass ich mit mir wieder zurückkehren. Natürlich. Aber es ist auch ein Wahrheit, dass ich mir nicht mehr so verletzen. Was ist das? Ich habe mich nicht mehr so verletzt. Ich kann es nicht mehr so verletzen. Ich kann es mir nicht mehr so verletzen? Was? Ich habe, dass ich, als ich, als unbezüglicher war, mit einem Schmerz. Ich habe einen Schmerz, und ich bin ein Schmerz. 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 Das ist ein wichtiger Hinweis. Das sollte nach ihrer Fusion er oder sie, whatever, wieder dem Pfad des Bösen einschlagen, also quasi wieder ein neuer Dämonenkönig Piccolo daraus entstehen, dass die Gefahr dadurch sogar noch grösser wäre als durch die Cyborgs. Vielleicht ein Hinweis auf ein kommendes DLC? Mit einer epischen Story? Ich würde mich zumindest freuen. Dann fragen wir uns. Was? Was ist das? Ja, was passiert, wenn ich das jetzt noch ein bisschen länger mache? Ja, das ist, äh, hä? Ach komm schon, ihr habt doch immerhin noch die Black Star Dragon Balls. Ach nee, warte mal, das war ja ne andere Serie. Ich glaube, das ist, äh, wie ich es jetzt noch ein bisschen wiederholen würde. Ich habe mich auch bereitgestellt, Piccolo. Ich habe mich, und ich habe mich, dass ich mich für die Schmerzen, und ich habe mich, dass ich mich für die Schmerzen anstrengen. Das ist so. Ich habe mich für diese Welt geholfen. Ich habe es geschafft. Ich werde das Leben für dich geben. Ge-Kamishamma Die Basis ist der Grund, was ich. Das ist gut. Ich habe nur eine große Werteilung und eine große Werteilung. Wenn ich zurückgekehrt bin, dann gehen wir in den Jinger Town. Daher sind die Gehäuse, die jetzt auch immer wieder aufzuhalten. Ich weiß nicht, ob ich es wissen, 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 ob ich es wissen. Ich weiß es. Du hast viel Arbeit gemacht, Mr. Popo. Das war's für heute. Ok, ich bin nochmal weg. Die Transformation, echt eine amerikanische Version, ist jetzt für Piccolo verfügbar. Geil. Jetzt gehts rund, Freunde. Das ist ja auch nicht in jedem Spiel so, dass Piccolo die Fusion hat. Oder die Transformation. So allem für sich. Es gab mitunter beiden... Super, nicht verändern da. Es gab mitunter bei den... Dragon Ball Budokai und Budokai Tenkachi Spielen gab es auch die Möglichkeit einer Transformation für Fusion mit Neel und so. Aber was man jetzt hier das erst jetzt einführt. Transformation, echt eine amerikanische Fusion. Hm. Man kann es nur jetzt hier in der Hinsicht auch fragen, äh, warum gibt es Piccolo auch vier Slots? Oder hat es sowieso nur eine Transformation? Aber vielleicht gibt es noch mehr? Ausrufezeichen, Schlusszeichen. Komm mal gucken. Wir haben dann Stufe 40 erreicht. Das heisst, ein bisschen mehr gibt es denn doch noch. Oh, ich kann es lernen. Ultimative Schnellfeuer Key Welle. Jo, das lobe ich mir. Ähm, dann Stufe 2, dann Stufe 3. Dann kommen wir natürlich auch Stufe 50, Stufe 60. Okay, dann haben wir die auch. Sehr gut. Das wird wohl der Verlauf der Bussage der Fall sein. Falls ich nicht überhaupt grossartig spielen kann da. Wie bereits erwähnt, da ist ja sein Auftritt in Manga und Anime jetzt nicht so grossartig gewesen. Tja dann. Äh, doch genau da lang. Was machen wir jetzt? Inderstadt! Mit einer Psy-Quest? Äh, du 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 du. Bisschen Ingwer gefällig? Ne, jetzt mal ein paar Magen. Vielleicht gibt's neun Magen. Wer weiß. Könnt ja sein. Oh, oh, oh. Danke! Tja! Also Freunde, auf nach Ingwerstadt. Ja, ein bisschen schärfer muss sein. Jemand hat etwas scheinbar mit der abgenutzten Zahnmaschine in diese Zeit gekommen zu sein, um die unbekannte Gefahr zu konfrontieren, wie Pugel mit Gott fusionieren, was bereits geschehen ist. Eine gute Frage, aber erst mal wird trainiert. Das ist ein bisschen unbekannte Gefahr, aber ich fühle mich an, wo ich mich noch nicht fühle. Die Menschen in der Gingertown sind noch nicht so. Ich bin ein junger Verkäufer. 45, das wird heavy, vor allem geht er erst mit der super spezialen Spiralestufe 3, ok, die war sowieso erst später, aber erst mal machen wir das hier. Ok, ich dachte, wird es eine Ausrüstung ablegen oder so. Ok, ich dachte, wird es eine Ausrüstung ablegen oder so. Der greift nur Ina, passt schon. Es wird Zeit für Super Super Piccolo. Jetzt gucken, was Piccolo drauf hat. Wir müssen eigentlich alle drei da stehen. Ah, da. Zuerst mal so ein Gohan vorknüpfen. Oh, so ein Gohan. Oh, so ein Gohan. Sehr gut, sehr gut, nein, das war jetzt nicht so gut. So, wieder schön voll geheilt. Der Movie ist echt fies. So, Super Saiyajin gegen Super Name Keanu, wa? Ja. Ja. Also wieder Zeit für Super Hyper Piccolo. Tschüss. Und damit Freunde auch Tschüss für diese Folge, die leider schon wieder mal verweist. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Super Dragon Ball Z. Piccolo. Bye, bye. Bis dahin.